Neo 12 Jahre behauptet, ich kann mit einer Drohne eine daran befestigte Glühbirne schneller in eine Fassung einschrauben als Online-Star Felix von der Laden. Neo und Felix müssen mit Hilfe einer Drohne eine Glühbirne so schnell wie möglich in eine Fassung schrauben und dauerhaft zum Leuchten bringen. Jeder hat drei Versuche, die schnellste Zeit gewinnt. Klein gegen groß, auf, los geht's, los! Da gilt es natürlich schon mal keine Zeit zu verlieren. So, ihr könnt das gut auf dem Bildschirm verfolgen, wo Neo mit der Glühbirne unter der Fassung sitzt. Jawohl! Haha, genial! Aber noch brennt sie nicht, noch muss ordentlich gedreht werden. Ja, da bewegt sich noch was, die bewegt sich, die bewegt sich, geht weiter. Ja, das ist, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Glühbirne da drin sitzt. Glühbirne bewegt sich weiter, Neo, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Ah, jetzt hängt die Drohne sehr schief drunter. Ah, das kann nicht mehr viel sein, hängen sie nochmal drunter. Wenn die Drohne schief hängt, dann kriegt man die Drehung nicht so gut drauf. Jawohl, halt, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, komm, es kann nicht mehr viel sein, die hat ja schon geleuchtet, die muss, sie muss nur dauerhaft leuchten. Nein, 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 das ist ein Ministück. Okay, und jetzt runter. Oh, und gleich hinten rum. Vorsicht. Und hau sie auf den Boden, egal. Und stopp. Neo hat schon mal einen gültigen Versuch ins Ziel gebracht. So, Felix, wenn du bereit bist, auf, los geht's los. Zeit läuft ab jetzt. Rechte Seite, ne, du musst auf die rechte Seite. Und da ist die Glühbirne schon mal umgekippt. Also, es gilt auch hier, vorsichtig anzufliegen. Wir können das hier am Bildschirm immer sehr gut beobachten, das wirst du jetzt auch gleich sehen, Neo. Haben wir gleich eine Einstellung, wenn die Glühbirne einmal eine Fassung ist, sieht man dann auch, dass sie sich wunderbar dreht. Ah, da bist du daneben. Die Drohne trifft du immer gerne so ein bisschen von alleine und man muss dagegen ankämpfen. Aber das ist die große Schwierigkeit von uns beide. Jetzt. Die Lampe ist drin. Jetzt andrehen. Ich hoffe, mir ist die auch gerade drin. Ja, das sieht gut aus, sieht gut aus. Nein. Ah. Das ist ein Fehlversuch, glaube ich. Das ist ein Fehlversuch. Ah, sehr gut. Dafür haben wir drei. Dafür haben wir drei. Sie sah gut aus. Scherbenherrbring, Glück fürs nächste Mal. Ja. Ein ungültiger Versuch. Aber es zeigt, wie schwierig es ist. So, Neo macht sich bereit für seinen zweiten Versuch. Los. Das ist das, was wir eben bei Felix auch gesehen haben. Aha, da war er knapp auf dem Rand und dann ist er doch abgerutscht. Da muss man dann neu ansetzen. Wenn man zuschaut, denkt man, man fliegt doch einfach da rein. Aber man muss halt wie mit dem Wind die ganze Zeit kämpfen. Aber das macht er gut. Jetzt. Ah. Auch da hat man gut gesehen. Mit zu viel Kraft und Gewalt darf man es auch nicht angehen. Muss ich schon soft reinsetzen. Das sah gut aus. Und jetzt. Muss man nur hoffen, dass die Birne gerade sitzt. Sie dreht sich. Sehr gut. Und schnell zurück. Zurück, zurück, zurück. Komm, das wird eine neue Bestzeit. Hopp, hopp, hopp. Hier. Und Drohne auf das Landepad. Runter damit. Jawohl. 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 Bereit? Dann auch hier für den zweiten Versuch. Wenn die Drohne hochgeht, läuft die Zeit. Du kannst losfliegen. Jetzt. Jetzt nimmt er sich die hintere Laterne vor. Oder die mittlere. Das gehört viel Geschick dazu. Wenn er die zum Leuchten bringt. Vorsicht, Neo. Das war so ein guter Versuch bis dato. Aber das haben wir eben schon mal gesehen. Ja, ja, die Birne dreht sich. Ja, ja, ja. Weiter, 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 weiter. Die Birne dreht sich. Das sehen wir hier gut. Weiter noch ein bisschen. Jetzt. Okay. Oh, nein. Nein. Das gibt es doch nicht. Oh, ist das ärgerlich. Da jetzt wieder ranzukommen? Ja. Gibt es ja gar nicht. Oh. Ja, aber er ist ja gar nicht. Ja, aber er ist ja gar nicht. Ja, ja, und er ist ja gar nicht. Nein. Oh. Wie will ich? Ah, zu früh abgesetzt. Aber zumindest besteht hier Hoffnung, dass ein gültiger Versuch in die Bücher kommt. Jetzt geht es ja gar nicht ganz. Jetzt geht es weiter. Ja. Ja, was? Oh, ja. Ja. Unter der Rubrik sehr, sehr ärgerlich abrufen. Der hätte richtig gut sein können. Ja, schade, schade. Also 97,2 Sekunden, das ist die bisherige Bestzeit von Neo. Wird er die jetzt noch mal toppen können. Take off und los! Ich kann das in der Großanstellung so gut sehen, ob sich die Birne noch dreht oder nicht. So, Birne noch mal ausgewichtet. Oh, was war da los? Wollte ich gerade sagen, wenn er... Das sind die Millimeter, du hast es schon gesehen. Die ticken nicht gerade und dann funktioniert es nicht. Wollte gerade sagen, wenn er die reinschraubt, dann... Nee, erst mal mit zu viel Gewalt. Aber du hast immer noch viel Zeit, Neo. Die sieht ein bisschen schräg aus. Aber ich glaube, das wird er riskieren. Das ist wirklich mega spannend. Ich glaube, das funktioniert. Weiter, weiter, weiter. Ja, 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 komm, 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 dreh, dreh, dreh. Gleich geht's hier an. Yes! Und aus dem Blick. Sehr gut. Neo, drei gültige Versuche. Sehr gut. Jetzt ist der gesamte Druck bei Felix. Okay. Versuchen wir es. Deine letzte Möglichkeit, aber auch mit diesem einen Versuch kann man das Duell noch gewinnen. Korrekt. Ja, in diesem Sinne, let's go. So, schauen wir es uns an. Bei seinem ersten Duell hier bei Klein gegen Groß viel Pech gehabt. Die wackelt so sehr, die wackelt so sehr bitte. Sie dreht sich, die Glühbirne dreht sich auf jeden Fall noch. Dreht sie sich noch, dreht sie sich noch? Ja, wenig, aber sie dreht sich noch ein bisschen. Komm schon. Dreh dich weiter. Sie dreht sich ohne die Birne. Los. Ja, die Drohne ist so schief drauf. Nee, sie dreht sich. Vorsicht zur Seite. Ja, aber hält sie jetzt aus, die Frage. Ja, oh. Richtig, richtig, richtig. Oh. Macht Felix das Ding hier rein. Kann er sein Klein gegen Großtrauma besiegen? Los, geh runter. Komm. Das war's. Zeit stoppt. Ja, alles gut. Zeit stoppt. Und wir schauen auf die Zeiten. Der letzte Versuch. Und Felix von der Laden im letzten Versuch mit 79,6 Sekunden. Das Spiel hat aber sehr gut gemacht. Was für Glück. Wahnsinn. Endlich gewonnen. Ja. Endlich gewonnen. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. Jetzt geht life los. hen sollen. Okay. Ausatmen. olhar. Vielen Dank.